So Leute, was geht ab? Mein Name ist Charlie und das hier ist ein neues Black Ops 3 Video. Ich find's immer noch toll, das zu sagen, ja? Oh no. Und naja, ich war heute mal beim Zahnarzt und wirklich jedes Mal, wenn ich bei irgendeinem Arzt ist, es sei egal welcher, reinkommen wir durch die Tür, ja? Who's the best in the game? Na, das denk ich mir nicht, aber ich denk mir wirklich ungelogen, jedes Mal einfach nur, bitte sei gesund, bitte sei gesund, bitte sei gesund. Denn im Endeffekt ist es ja eigentlich immer so, dass die Ärzte irgendetwas finden, gerade beim Zahnarzt. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, dass ich ein ziemlich böser Junge bin, denn ich putz eigentlich nur zweimal am Tag die Zähne und nicht so wie empfohlen dreimal am Tag. Aber pscht. Aber ich hab nicht wirklich generell vor der Behandlung oder was weiß ich meistens Angst, sondern vor Spritzen, Alter. Ohne Scheiß, ich glaub, ich hab da sogar wirklich so eine kleine Phobie vor Spritzen, äh. Ich find's irgendwie nicht so schlimm, dass da irgendwelche Sachen in meinen Körper reingepumpt werden oder so, sondern eher diese Nadel, sag ich mal, ja? Also man könnte eher sagen, ich hab eine Phobie vor Nadeln oder so, wenn's sowas gibt. Oh, what? Ich hatte 5-0, Digga. Und ich weiß nicht, woher das wirklich kommt, denn ich hatte wirklich schon immer Angst irgendwie vor Spritzen. Selbst als ich damals nur geimpft wurde als Kind, war das schon irgendwie so ein kleines Drama für mich, ja? Obwohl das als Kind eigentlich auch, glaub ich, ganz normal ist. Aber ihr müsst auch wissen, ich hatte so einen Kinderarzt, beziehungsweise mein Kinderarzt an sich ist extrem korrekt und extrem chillig so und auch halt nett, ne? Aber er ist, was Spritzen und Impfungen generell angeht, ziemlich, äh, unsaghaft, wenn das überhaupt ein Begriff ist. Denn es war meistens eher so, dass er einfach reinkam und gesagt hat, jo, moin, moin, äh, den linken oder den rechten Arm. Und ich dann so, äh, den linken. Und dann hat er die Spritze rausgeholt, okay, hat dann reingespritzt, hat sich nebenbei noch ein bisschen mit mir unterhalten und ich war dann eigentlich die ganze Zeit nur dann da so mit, bitte ziehen Sie es raus, bitte ziehen Sie es raus, bitte ziehen Sie es raus. Aber er hat dann einfach so einen kleinen Smalltalk quasi mit mir gefühlt, ja, wie geht's denn so und, ja, alles gut und was weiß ich. Und ich dachte mir so, bist du fertig oder nicht, bist du fertig oder nicht? Ohne Scheiß, bei Spritzen möchte ich einfach nur, dass die kurz reingehen und dann, wenn's fertig ist, auch wieder rausgeholt werden. Ich mein, was sollen die denn da noch so lange drin in meinem Körper? Ich hatte mir als Kind sogar damals echt richtig bemüht, dass ich niemals irgendwie ins Krankenhaus komme oder was weiß ich, dass es niemals überhaupt zu sowas kommt. Ich war niemals der, der irgendwie auf den Baum geklettert ist oder was weiß ich, irgendwelche gefährlichen Sachen, sag ich mal, gemacht hat, ja? Oder auf die Straße gerannt ist oder, keine Ahnung, ihr wisst ja, was ich meine, ja? Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht dumm bin, beziehungsweise war. Ach, fick dich, Junge. Aber das ein bisschen Gute an dieser Phobie ist ja zumindest, dass ich kein Junkie werden kann, denn ich würde mir für keine Vorstellung auf dieser Welt, egal was für Farben man dann sieht, irgendetwas reinspritzen, Alter. Erst recht nicht ich selber, verdammte Scheiße. Denn ich glaube, ich könnte mir niemals irgendeine Spritze reinhauen, okay, wenn's um mein Überleben geht. Vielleicht, ja? Aber dann habe ich jetzt vielleicht andere Schmerzen, ja? Aber mir selber eine Spritze reinhauen, ich glaube, niemals im Leben, niemals. Manche von meinen Freunden sagen allerdings, dass sie das beruhigt, wenn sie eine Spritze bekommen. Also sie quasi beruhigt sind, wenn sie diese Spritze da im Arm fühlen oder was weiß ich. Also jetzt keine Drogen oder sowas, mit solchen Leuten hänge ich nun auch nicht wieder rum, aber ich meine jetzt beim Arzt, ja? Und dann frage ich mich, mit was für Leuten hänge ich rum? Alles klar, er tötet mich vor und schon. Den Kopf, Alter! Ich bin ja richtig abgegangen hier. Aber es ist sogar so schlimm, dass ich sogar nicht mal im Fernsehen sehen kann, wie irgendjemand gespritzt wird oder... Alter! Ohne Scheiße, ich hänge dann fast immer so vorm Fernseher mit... Nein! Ich weiß, es klingt jetzt komisch, wenn euch irgend so ein fast zwei Meter großer Typ sagt, dass er Angst vor diesen kleinen Nadeln hat, aber heilige Scheiße, wie kann man davor keine Angst haben? Das besonders Schlechte an der Sache ist allerdings, dass ich halt kein Blut spenden kann, erstens, weil ich halt 17 bin und man das erst aber 18 darf, aber zweitens halt, dass ich scheiße Angst vor solchen Sachen hab, ne? Denn an sich ist Blutspenden ja etwas extrem cooles und die Leute, die das halt dann bekommen haben, ist halt auch wirklich nötig, so, ja? Und das Gefühl haben, dass du einem Menschen, dem es ziemlich schlecht geht, halt wirklich geholfen hast, nur indem du dich da kurz hinsetzt und Blut ihm gibst quasi, was du halt eh nicht mehr gebrauchen kannst, beziehungsweise was du eben Überschuss hast, ja? Und dieser Mensch braucht es halt, ja? Und dieses Gefühl zu haben ist bestimmt ziemlich krass, aber ich kann mich doch nicht einfach da hinsetzen und einfach freiwillig Blut abzapfen lassen. Ich hoffe mal, wenn ich 18 bin, werde ich mich irgendwann mal dazu durchringen, dass ich es mache und, äh, ja, Blutspenden gehe. Allerdings, äh, wird das eine ziemliche Herausforderung. Allerdings hat man dann auch bei uns an der Schule eine Stunde lang frei, eine, die man sich auswählen kann an dem Tag, wo halt die Leute da sind, die halt, äh, ja, das Blut abnehmen. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Argument dafür. Aber na, wie immer, ich hoffe mal, das ganze Video hat euch hier gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Spritzen hasst oder ob es euch beruhigt, wenn ihr Spritzen im Arm habt. Und naja, das war's von mir, das war's von hier.